Okay, let's go! Herzlich willkommen zu Match Nr. 2 hier zwischen diesen beiden Kontrahenten, das Eröffnungs-Match der Liga 9.1, zweite Runde, und zwar auf African Clearing. Und die African Clearing ist die Home-Map des Spielers in Rot, der sich jetzt hier aufbaut. Er hat hier für African Clearing die Inkas gewählt, das ist Merlin. Merlins Home-Map, denn er liegt 1 zu 0 hinten, wird jetzt versuchen hier auf seiner Home-Map auszugleichen. Sein Kontrahent in blau, er hat die Spanier gepickt, das ist Kickers Emden. Also Kickers mit dem 1 zu 0, mit Franken gegen Gujaras, da konnte er einfach seinen Gegner mit viel Army überwältigen und hat sich auch von dem hohen Pressure durch einige Burgen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Jetzt hier auf Hideout, will Kickers Emden, äh auf Hideout, sag ich schon, auf African Clearing, will Kickers Emden hier das Game natürlich beenden, schafft das nicht. Dann hat er doch die Möglichkeit, das auf seiner Home-Map, auf Hideout nachzuholen. Die ersten, das erste TC ist gebaut bei Merlin und auch bei Kickers Emden. Und da geht es natürlich erstmal hier auf die Food-Eco, wir schauen natürlich auch mal so ein bisschen auf das Scouting, ist natürlich super wichtig hier auf der Map. Und Kickers Emden müsste jetzt eigentlich schon wissen, wo der Gegner ist, denn hier hat er offenbar eine Schaf verloren. Auf der anderen Seite, äh, Merlin, ja, auch gut am Scouten, hat hier seinen Gegner vermutlich auch schon gefunden, wissen wir nicht ganz genau, ob es soll. Er hat das TC offenbar gesehen, als es noch im Bau war, also weiß er auch ganz gut, wo der Gegner steht. Und jetzt wird hier natürlich mit vielen Schafen möglichst viel gescoutet. Sieht schon ganz gut aus, ist gut unterwegs, malt hier was Schönes hin. Und, äh, hat insgesamt, ja, ist relativ am Rand der Map, ist natürlich gut, auch für das Lumber Camp, dass man nicht allzu weit weg ist. Das sieht bei Kickers Emden gerade ein bisschen anders aus, der muss jetzt sehr, sehr weit gehen Richtung Lumber Camp, das ist halt immer ein bisschen unschön. Hat aber natürlich auch einen schönen Spot gefunden mit dem, äh, mit dem TC direkt am Gold, das ist natürlich gut für ihn. Beide Spieler jetzt natürlich hier voll auf Fisch unterwegs, beide mit einer Sekunde TC Idle Time. Sieht halt sehr, sehr parallel aus, was beide hier machen. Zwei auf Holz aktuell. Bei Merlin, wir schauen mal wieder, wie es aussieht mit dem Scouting. Merlin also immer noch fleißig dabei. Ähm, ja, bewegt sich jetzt hier auch wieder in Richtung TC von Kickers. Und bei Kickers sieht das so aus. Also hier wird schon von links nach rechts die Map gescoutet. Hat jetzt nicht ganz so viele Schafe unterwegs. Jetzt sehe ich gerade nur zwei, drei Schafe unterwegs zum Scouten. Also kann da hier nicht ganz so viel machen. Äh? Kurz Angst gehabt hier um Merlin. Aber alles gut. Kein Villager verloren, keine Idle Time. Ähm, Kickers Empten tatsächlich ein Villager vorne. Merlin hat hier offenbar schon Loom angedrückt. Vielleicht mal nachprüfen. Ja, tatsächlich, also Merlin ist schon mit Loom drin. Gleich auf Holz. Und der nächste Villager geht raus. Schauen, wo er hingeht. Zum nächsten Pond vermute ich. Auch bei Kickers Empten sieht das so aus. Hier geht es um den ersten Pond ran. Und der Müde hat vier auf Holz. Spanien natürlich immer sehr, sehr gefährlich. Gerade in Ritterzeit mit den Kongs. Oh, das ist jetzt doch schon ein bisschen merkwürdig aus. Wo will der Villager ganz hin? Jetzt hat sich das Nashorn hier hinten holen. Hier eigentlich hat man auch Nashorn in der Nähe. Aber gut. Kann man natürlich schon mal machen. Potenziell natürlich ein Nashorn weniger für Kickers Empten. 15 zu 14 Villager. Ich werde immer noch von einem Durchproduzieren hier. Oh, hier ist nochmal eine schöne Quickwall. Ui, ui, ui. Das wird ganz, ganz knapp. Das wird ganz, ganz knapp. Aber da ist er, Dad hier. Der erste Villager-Loss hier bei Merlin. Bitter für ihn hier. Und hier wird schon wieder das nächste Nashorn geholt. Jetzt ist er aggressiv auf Nahrung hier gerade. Das sah schon sehr souverän aus. War ein Villager natürlich verloren. Bitter für ihn. 18 zu 16 Villager jetzt. Hier ist er von Eidltham bei Merlin. So, jetzt sehen wir das erste Militärgebäude. Merlin, also jetzt zieht die Kaserne hoch. Spannend, ob er da früh schon was mit anfangen will. Ah, jetzt bricht das dann doch wieder ab. Wollte hier offenbar noch eben kurz das Deer pushen. Habe ich das geahnt? Oder vielleicht war es auch ein Missklick. Ah, Kickers auf der anderen Seite. Wollt jetzt erstmal sein Holz ein. Weitere Mühle. Geht noch mehr auf Nahrung. Macht natürlich alles Sinn. 6 auf Holz, 2 Kickers, 13 auf Nahrung. Könnte auch bald hochklicken. Bei Merlin sieht es sogar sogar noch ein bisschen besser aus. Der ist noch ein bisschen näher dran. Er könnte jetzt eigentlich klicken, wenn er die Gebäude hat. Ja, hat er. Deswegen auch die Kasernen. Braucht man die Kasernen dann dafür? Eigentlich nicht, ne? Er hat ja Müde. Was macht Merlin nur? Das ist ja seine Map. Boah. Gucken, was hier kommt. Er ist auf jeden Fall der Erste, der in Richtung Imp... Richtung Vandalzeit geht. Imp wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Und, äh... Ja, geht jetzt tatsächlich hier hinten ans Gold ran. Klar, er hat kein Gold in der Nähe. Wir haben... Hier ist was. Also, geht hier tatsächlich mit, äh... 5 Minutes an Richtung Gold. Kickers Emden inzwischen auch geklickt. Vandalzeit. Kickers Emden haben schon an 3 Ponds unterwegs. Also holt sich wirklich das Maximum, was er rauskriegen kann hier. Aus dem Fisch. Merlin hat sich natürlich dann sehr auf die Nashöller fokussiert. 8 auf Holz, 7 auf Nahrung, 5 auf Gold. Mal schauen, ob es dann direkt Archer werden sollen hier. Mit so viel auf Gold. Ist das zumindest zu vermuten. Oder es wären Eagles. Kommen wir in die erste Kaserne. Also, 2 Kasernen hier bei Merlin. Kickers Emden braucht noch 39 Sekunden, bis er oben ist. Und da sind die ersten Eagles in Prozession. Und hier ist ein alter Speer. 5 auf Gold weiterhin. Hat hier noch ein Nasen, was er noch weiter snacken kann. 7 auf Holz, 7 auf Nahrung, 7 auf Gold. Hier Eagles in Produktion. Die Produktion dauert natürlich immer unfassbar lange für den Eagles. Aber aktuell Kickers Emden ja ohne Army. Und gerade zum Raiden sind die natürlich ganz stark. Gerade bei den ganzen Ponds. Noch keine. Doch, jetzt kommt hier... Oh, tatsächlich. Markt und Schmiede direkt hier von Kickers Emden. Der will hier direkt in Ritterzeit rein. Sieht auch sehr gut aus, seine Bild hier. Sehr, sehr stark. Hat gleich tatsächlich die Ressourcen zusammen. Mal die Gebäude gleich oben. Das wird Merle natürlich extrem unter Druck setzen. Der muss dann jetzt natürlich mit den Eagles auch möglichst Schaden machen. Schaden finden. Jetzt gehen hier zwei Eagles nach vorne. Die haben genug Möglichkeiten, hier den Gegner zu raiden. Kickers Emden mit dem Klick auf Ritterzeit. Ganz, ganz schwierig für Merle. Merle muss jetzt Schaden finden hier. Okay, gehen erstmal vorbei. Die Adlerspeer. Jetzt haben sie die Villager gespottet. Und jetzt sind natürlich möglichst viele Villager rausnehmen. Er muss auch wirklich Schaden machen jetzt hier. Sonst wird es halt schwierig. Es ist die Frage, ob er das auf dem Schirm hat. Dass den Gegner vielleicht schon in Richtung Ritterzeit geht. Dann geht er jetzt mal drauf hier auf das Palisadentor. Die weiteren Eagles haben hier tatsächlich Emden gefunden. Hier auf Stein. Natürlich ist ja klar, was sein Plan ist. Als Spanier will er natürlich hier versuchen, möglichst schnell die Burg hochzuziehen. Die Villager müssen jetzt erstmal backfighten. Sehr unangenehm hier für Kickers. Ganz, ganz wichtig für Merlin hier. Da möglichst viel Schaden zu machen. Da kommt jetzt auch das Offensiv-Upgrade. Es sind weitere Adlerspeer darin. Also Merlin hier sehr, sehr aggressiv unterwegs. Auf Verdaltzeit kann er das hier irgendwie im Griff behalten. Oder kann Kickers Emden jetzt gleich mit der Ritterzeit da alles clearen. Er hat natürlich alle Möglichkeiten. Er hat 210 Gold hat er auch bekannte. Er hat die Villager hier am Gold. Das ist super safe für ihn. Aber vielleicht wird es dann irgendwann mit der Nahrung ein bisschen schwierig. Vergleich ist da oben. 30 Sekunden noch. Wie viel Schaden kann Merlin machen? Und drei Eco-Kills sind es inzwischen. Und ich schaue gerade so ein bisschen, wo seine Adlerspeer denn alle hier sind. Müsste da jetzt natürlich am besten noch mehr Schaden finden. Hier wieder der nächste Fight. Kickers Emden will natürlich unbedingt das Stein haben. Aber da sind die Adlerspeer schon wieder da. Haben schon wieder den Gegner gefunden. Können jetzt hier die ganzen Villager rausnehmen. Bei Kickers Emden ist immer noch kein Militärgebäude dabei. Jetzt kommt auch erst Loom bei ihm rein. Villager natürlich ohne Loom gerade gewesen. Das ist ganz bitter hier. Merlin macht das gut. Macht hier richtig viel Druck. Und kommen weitere Adlerspeer hinterher. Kickers muss schon wieder abreißen. Hier weg vom Stein. Auch hier ein Adlerspeer stehen gelassen. Also Kickers kommt jetzt gerade nicht auf das Stein, was er so dringend haben möchte für seine Burg. Und antwortet jetzt erstmal mit einem weiteren TC. Er kann natürlich auch ein bisschen was schützen. Da hat aber weiterhin kein einziges Militärgebäude. Nicht mal eine Kaserne ist da. Und Merlin drückt weiter aufs Gaspedal. Bleibt hier weiterhin dran. Versucht überall zu reden. Bindet die nächsten Villager. 6 zu 1 Villager Kills. Beziehungsweise, der wurde ja nicht mal wirklich gekillt von Kickers. Aber da ist schon einiges verloren. Merlin weiterhin aggressiv. Jetzt die Frage, wie weit kann er das Spiel hier bringen? Noch ist er in Feudalzeit. Ist dann natürlich auch schwierig. Unter TC fighten kann er da natürlich nicht. Kickers versucht sich also jetzt hier dadurch ein bisschen zu sichern. Ganz wichtige Position auch für ihn. Aber kann halt weiter nicht an Stein ran. Hat jetzt auch wieder 100 Steinen investiert. Und ich sehe weiterhin kein Militärgebäude bei ihm. Die nächsten Villager hier werden gechased. Werden es aber wahrscheinlich schaffen können. Merlin. Jetzt Idle TC Time natürlich auch noch bei Kickers. Der hat nämlich 7 auf Nahrung nur. Der muss jetzt unbedingt irgendwie an Nahrung kommen. Das sieht gar nicht gut aus für Kickers hier. Er wird jetzt noch getauert sogar vorne. Schönes Play hier von Merlin. Merlin super aggressiv hier. Versucht jetzt unbedingt mit seiner Feudalzeit hier das Game ja vielleicht sogar zu beenden. Oder zumindest so viel Schaden zu machen. Dass Kickers gar nicht ins Spiel reinkommen kann. Da bringt ihm die Ritterzeit dann natürlich nichts. Muss auch schon wieder ein Quartier hier Kickers. Mit 8 auf Nahrung hier. Kommt gar nicht richtig auf seine Food. Hat aber auch sehr sehr viel Gold. Könnt ihr ja easy kaufen oder vielleicht ein paar mehr Felder platzieren. Aber Merlin weiterhin super aktiv auf der Map unterwegs. Überall aggressiv dabei. Haben wir überhaupt hier noch ein paar Villager? Nein. Das ist alles was. Mit Kickers Emden seine 24 Villager. Das sind alle beide NTCs. Muss sich jetzt erstmal weiter aufbauen. Merlin also mit 11 Villager mehr. Und da kommt der nächste Tower. Starker Tower hier. Wie Kickers Emden das rechtzeitig sehen. Und kann er das nochmal defend. Ansonsten super unangenehm wieder. Also Merlin weiterhin sehr sehr stark dabei. Jetzt hat Kickers aber tatsächlich sich den Stein zusammengekauft. Will jetzt hier die Burg hochziehen. Muss dafür. Das ist natürlich bitte hier für Merlin. Da gehen vielleicht alle Eagles down so wie es aussieht. Jetzt sollen noch ein paar gerettet werden. Und dann kommt gleich die Burg. Und dann will Kickers natürlich endlich anborten. Mit Kongs. Mit den Konkristadoren. Aber das ist auch das einzige was er hat. Aktuell 0 auf Holz. 0 auf Food. 11 auf Gold. Die Burg geht definitiv hoch. Und Merlin ist weit weit weg von einem möglichen Castle Age. Hat natürlich mit 8 auf Gold. Hat eine Menge Gold gerade. Geht jetzt auch mehr auf Stein. Und ja so langsam kommt ein bisschen mehr Food Eco rein hier. Hat ja die Punz noch nicht so aktiv benutzt. Aber jetzt hier weiter mit den Tauern. Inka mit dem gut olden Tower Wasch hier. macht es Kickers Emden definitiv maximal schwierig. Der hat jetzt endlich die Burg oben. Aber kann keine Kongs produzieren. Weil ihm einfach die Ressourcen fehlen. Ist super eingeschränkt in seinem Handeln. Jetzt gehen noch mal ein paar Villager hier rüber. Er will sich auch mal hier weiter im Schutze der Burg aufbauen. Muss tatsächlich hier das TC komplett räumen. 41 zu 25 Villager für Merlin. Er produziert aktuell leider gerade gar nichts. Leider auch idle TC Time geht richtig hoch bei Kickers Emden. aber auch gerade bei Merlin. Ist natürlich bitter hier. Merlin sehr sehr beschäftigt. Hier mit seiner Army. Aber das könnte noch mal problematisch für ihn werden hier. Wenn er nicht schnell genug auf weitere Tower. Die Tower macht jetzt vielleicht nicht ganz so viel. Aber insgesamt natürlich super super schwierig hier für Kickers Emden. Er hat endlich den ersten Konquistadorin draußen. Er kann das hier aber auch nicht hinein. Einen Villager schon mal rausgenommen. Da kommt der zweite. Ah wichtig. Dass Kickers Emden jetzt endlich auf der Map zurückkommt. Das kann ich übrigens wir können mal drauf gehen wie schnell die hochgebaut wird wenn er diese Klicks macht. Ist nicht unbedingt so zu empfehlen was ich gesehen habe. Aber ja ist jetzt auf jeden Fall oben hier. Hat den Tower hochbekommen. Und ist jetzt bei 400 Nahrung. Also langsam geht es in Richtung möglicher Cast Ledge. Das braucht Merlin dann auch. Nach Kickers Emden kann sich tatsächlich einigermaßen stabilisieren. Das sieht natürlich bei weitem nicht gut aus für ihn hier. Und nur Sekten zwar durch Wittelschein. Aber zumindest hat er jetzt erstmal seine ganze Eko gesaved. Hat ja Gold da. Hat Nachung da. Hat Holz da. Also zumindest kann er sich von da aus die Ressourcen aufbauen. Und ja Merlin will ihn halt weiterhin mit Tower nach und nach eingrenzen. Seinen ganzen Bewegungsradius eingrenzen. Aber Conquistadorin sind viel da. Aber die sind natürlich ultra gefährlich. Merlin immer noch mit Feudaleinheiten. Ja Kottet jetzt nochmal einen hier. Da wollen auch die Conquistadorin nichts mit zu tun haben. Geht's weiter. Merlin hat jetzt nochmal richtig viele Villager in der Queue. Also da sieht sie erstmal nicht nach Ritterzeit aus. Bei Kickers Emden sind sie zwischen fünf Conquistadorin. Er könnte selber natürlich mal reden. Also wir haben es auch im Game 1 schon gesehen. Merlin ist sehr sehr aggressiv offensiv unterwegs. Aber hinten ist er natürlich ganz schön anfällig. Nur die Conquistadorin noch sind sie hinten. Noch machen sie nichts. Merlin versucht hier weiterhin die Villager zu verteilen. Da kommen weitere drei Villager. Wahrscheinlich für Nest Tower. Neun Villager in der Queue. Zehn Villager in der Queue. Das ist natürlich genug um eigentlich Ritterzeit zu klicken. Wenn er die rausnehmen würde. Irgendwann wird das mal brauchen. Ansonsten wenn Kickers erstmal Ja Kickers ist ja relativ stabil und kann mit der Conquistadorin die Adersperre rausnehmen. Da ist es endlich. Der Klick auf Ritterzeit. Hat er gesehen. Hat er die Villager rausgenommen. Da geht es hoch Richtung Ritterzeit. Und Merlin mit dem GG. Das war Merlin mit dem GG. Eieieieieieiei. Ja er hat jetzt seine seine Adersperre da verloren. Aber uff uff Ja weiß nicht was er da gesehen hat. Es ist halt 15 Villager vorne. Hat 50% mehr Villager als sein Gegner. Hat jetzt endlich Ritterzeit geklickt. Klar nicht alles ideal gelaufen. Aber hat halt Ritterzeit drin. Hat unfassbar viele Ressourcen. Klar der Push ist es lebt nicht mehr. Kickers ist einigermaßen stabil. aber er kann das ja in der Ritterzeit immer noch beenden. Schade schade ah too early GG ja leider leider oh leider 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 ja schade wurde jetzt im Bernd natürlich jetzt schwer geworden. Ist klar es sieht erstmal nach den Ressourcen gut aus. Kickers enden. Könnte jetzt natürlich mit den Conquistadorern vorgehen und hier halt richtig viel Damage finden. Aber man kann das natürlich auch irgendwie verteidigen. Noch nicht alles verloren glaube ich. Schade stark gespielt eigentlich. Mehr denn richtig stark gespielt. Mit dem Feudalzeit Maximumdruck aufgebaut. Überall gestresst. Überall Villager Kills. Sieben Villager Kills. Sehr sehr gut gespielt. Einfach. Und hat Kickers enden gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Musste die Burg sogar kaufen. Also ganz stark gespielt. Aber Kickers enden konnte sich nochmal stabilisieren. Hatte jetzt nach und nach alles zusammen um dann hier auch erfolgreich sein zu können. Auch hier man sieht es. Die nächsten Felder sind direkt wieder in Tower Range. Also schon schon sehr sehr ungemütliches Spiel was Merlin da raus gemacht hat. Schade. Hätte hätte er hätte er hätte er auch gewinnen können. Hätte er auch gewinnen können. Schade. Aber GG an Kickers enden. Ja. Schade. Ja. 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 Vielen Dank.